Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute wieder am Start bei StumbleGuys. Und Leute, ihr wisst gar nicht, was in diesem Video passiert ist. Ich habe einfach die Nummer von einem Mädchen geklärt. Das ist zu krank, Leute. Falls das Video gefällt, dann sehr, sehr gerne direkt zu Beginn. Ich würde schon mal ein Like oder ein Abo da für mich sehr, sehr, sehr unterstützen. Und Leute, ich würde sagen, guckt bis zum Ende. Verpasst nichts. Es ist zu krass. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in StumbleGuys angekommen. Leute, wir gucken erstmal kostenlose Preise. Da habe ich leider abgeholt schon. Aber Leute, rechts war hier heute so ein Special Kostloser Skin-Angebot. Und zwar, ich habe den auch schon abgeholt. Dieser Skin hier, StumbleBot. Ja, ziemlich, ja, ist okay, der Skin. Ja, nimmt man mit, wenn er kostlos ist. Aber Leute, ihr wisst ja, ich habe ja die zwei Special Skins. Und, ähm, ja, Leute, ich muss mich mit denen flexen, ne? Ich würde sagen, wir gehen in eine Runde rein und gucken, ja, was passiert. Let's go. Hä? Anna, Hashtag 0070 ist bei einer Lobby gejoint? Wer ist das denn? Ist das wirklich ein Mädchen? Ey, wie ist sie bei euch hier reingekommen? So, ey, soll ich echt... Ich gehe aufs Spielen. Komm, ich spüre eine Runde Leute. Und das sieht mir echt sehr, sehr, sehr nach einem Discord-Namen aus. Ich bin echt gespannt, ob wir dich wirklich mal anschreiben. Sollen wir dich mal anschreiben? Aber guck mal, wie sich diese Runde schlägt, ob sie eine Chance gegen uns hat. Wir wissen, Leute, ich bin der beste Spieler an den StumbleGuys. Und da gucken wir mal, ob wir die vielleicht mal anrufen oder anschreiben. Aber guck mal, was jetzt passiert. Erstmal, let's go. Okay, erste Runde sind wir in der Humble-Stumble. Ist ein ganz easy Spiel, erste Runde. Und sie ist tatsächlich drinnen. Anna, Hashtag 0070 ist wirklich immer in einer Runde. Sie hat hier sogar diesen Stumble-Bot-Skin. Von dem ich gerade hier gesprochen... Ähm, das hat keiner gesehen, Freunde. Das hat keiner gesehen. Von dem ich gerade noch hier gesprochen hatte, dass man den kostlos abholen kann. Aber weil sie ja diese Skin hier sich kostlos abgeholt hat, dann heißt es ja, dass sie auf jeden Fall ein bisschen Ahnung vom Spiel hat. Sie weiß auf jeden Fall Shop, die Stars, das Spiel auf jeden Fall nicht zum ersten Mal. So, gehen wir mal hier lang weiter. Kommen wir auf jeden Fall ganz entspannt, ganz easy durch. Und wir sind durch. Soll ich als erstes? Aber, oh, da sehen wir sie sogar. Gizzy ist auch easy durch. Wir machen aber keine Emotes gegen sie oder so. Wir gucken einfach mal ganz entspannt, ohne Emotes, ohne alles, ob sie wirklich besser ist als ich. Weil, Leute, ein Mädchen besser als ich? Wir werden sehen. Wir gehen einfach mal ganz kurz rein und gucken, was eine Runde 2 für uns wartet. Okay, Leute, Runde 1 ist vorbei. Sie ist auf jeden Fall drinne. Mal gucken, was jetzt für ein Spiel kommt. Okay, jetzt kommt Floorflip. Bisschen eklig, wenn man nicht ganz vorne ist, wegen den ganzen Wippen. Aber, okay, sie ist noch drinne. Sie bleibt auch drinne. Willst du mich wirklich mit Trollen oder Hops nehmen oder so? Ich weiß echt nicht, was ihr Plan ist. Aber wir spielen mal ganz easy weiter und wir dürfen sie, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Weil Leute unterschätzen darf man eigentlich nie. Egal, wo ihr seid. Ihr wisst Bescheid. Okay, sie ist hinter uns. Und wir müssen mich aufpassen. Oh, wir fallen runter. Warte mal. Das könnte... Oh, sie ist... Okay, warte mal. Wow! Okay, easy, ich überlebt. Nice. Hammer macht Auge. Kommt sie durch? Sie kommt auch durch. Okay, 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 okay. Sie darf echt nicht gewinnen. Wenn sie einmal gegen uns gewinnen. Ich bin so sauer. Ich bin so... Ich bin... Ich werde richtig sauer. Okay, easy. Ich hoffe, du bist nicht dumm. Ey, sie ist da kommt nicht los. Sie ist da kommt nicht los. Ey, verzieh nicht. Ey, warte mal. So, jetzt hier hoch. Und jetzt hier hoch. Schnell, 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 schnell. Boom. Wichtig. Ah, sie schafft es nicht. Sie schafft es nicht. Oh, mein Gott. Aber sie haben mir gerade erst mal ein bisschen hops genommen. Sie schafft es wieder nicht. Oh, mein Gott. Sie ist so komplett los. Guckt euch die mal an. Aber jetzt... Also, wenn es jetzt nicht schafft. Okay, sie hat es geschafft. Wichtig. Boom. Ich habe eine Faust. Oh, ich treffe dich. Okay, ist das ein Zeichen? Du kriegst aber erst mal eine Faust, Budi. Du kriegst eine Faust. Oder du, Taucher. Okay, let's go. Okay, Finale. Gegen Anna. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also, wenn sie gewinnt. Es kann gar nicht sein, dass sie gewinnt. Okay. Lava Rush. Ähm. Ist okay. Ist okay. Es ist nicht so ein Spiel, was ich sehr feier. Aber ich kenne auch nicht wirklich Abkürzungen. Okay, hier kurz warten wegen Lava. Geht sie viel mal hinter uns. Oh, mein Gott. Für euch der beste Spiel. Sag ich ehrlich. Das Spiel kommt echt zu selten, meiner Meinung nach. Und, oh, mein Gott. Lava kommt. Wow. Lava darf man ja berühren. Man schirbt ja nicht direkt. Aber man respawnt halt ein bisschen weiter hinten. Okay, sie ist viel weiter hinter uns. Das ist gut. Hier rüber. Geht das? Schaffe ich, oder? Ey, ey. Oh, mein Gott. Wichtig. Okay, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Hier lang. Boom. Und zack. Oh, wichtig. Gut ausgewichen. Und hier rüber. Nein, die Lava. Oh, mein Gott. Warte mal. Okay, sie ist noch nicht vor uns. Wichtig. Ey, das Spiel. Ich mag das auch gar nicht. Ich bin echt schlecht in dem Spiel. Oh, mein Gott. Hier sein. Ey, du darfst nicht gewinnen. Wer bist du, Brudi? Verziehe dich. Nein, Anna darf uns auch nicht sehen. Boom. Ich treffe einen Bock. Ja, wichtig. Wo bleibt sie denn? Ich sehe sie auch. Ich sehe sie gelieft? Oh, mein Gott. Okay, doch. Ich sehe sie da ganz hin. Sie kommt echt nicht weiter. Ich glaube, sie ist echt ein bisschen lost. Da sage ich euch ehrlich. Aber, ey. Gleich gewinnt die ganzen anderen hier. Sie sind ja alle vor ihr. Oh, mein Gott. Egal. Ich darf mich bei den anderen nicht gewinnen lassen. Ich glaube, ich schreibe das gleich mal trotzdem an. Einfach mal so was. Einfach gucken, was passiert. Oh, mein Gott. Geht, sie ist da kurz stehen geblieben? Aber, hä? Warum? Warum? Guck mal, die ganzen Leute verkacken hier. Ich werde schon längst einfach so ins Ziel gesprungen. Aber, irgendwie schafft sie es nicht. Ey, Leute. Ich würde sagen, wir gehen. Ich habe ihr Namen gemerkt. Ich glaube, wir gehen einfach mal ins Ziel. Und dann schreiben wir die mal an. Und gucken, ob sie uns einfach mal antwortet. Ey, ich bin echt gespannt. Komm, wir gehen rein. Okay, let's go. Wir haben gewonnen. Du bist schlecht. Ich habe ihren Namen gemerkt. Wir gucken mal. Okay, wir schreiben die jetzt mal an. Wir gucken, was passiert. Okay, Leute. Ich habe sie tatsächlich jetzt hier gefunden. Sie hat sogar ein Profilbild. Sie ist sogar auf ein Discord drauf. Warte mal. Kennt sie mich? Also, wir schreiben... Was soll man da schreiben? Sie ist auch offline gerade. Wir schreiben mal. Ha, 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 ha. Du bist ja voll schlecht. Okay, wir haben abgeschickt. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob sie antwortet. Ey, Leute. Sie ist einfach online auf dem Handy. Ey, sie ist aber, glaube ich, irgendwie Handyspielerin oder so. Sie schreibt auch gerade einfach zurück. Ey, warte mal. Was will sie schreiben? Okay, sie hat aufgehört. Hä? Was willst du, Schleizzi? Mein Gott, sie antwortet einfach. Eine Minute später. Äh, was schreiben wir? Äh, warte mal. Was schreiben wir jetzt zurück? Irgendwie so mäßig. Äh, ja. Was, was machst du in meiner Gruppe? Und du gewinnst ja nicht mal. Wie schlecht. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Also, was, 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 was. Was, will sie wohl drauf antworten? Okay, wir gucken. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab. Okay, Leute. Sie ist wieder am Schreiben. Wieder eine Minute später. Es ist jetzt 35. Ähm. Ey, was, 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 Scheiß. Das war ich nicht mal. Hä? Das war mein Bruder? Also, also, warte. Will sie mir gerade, will sie mir gerade echt erzählen, dass sie eigentlich viel besser ist als er oder was? Hä? Sie schreibt noch irgendwas? Aber ihr Profilbild ist in dem Fall. Also, sie ist ja ein Mädchen. Sie schreibt, sie ist, sie hat ja ein Profilbild. Komm doch noch mal, wenn man dich trau... Oh mein Gott. Sie macht mir eine Ansage. Ey, soll ich sie mal anrufen? Soll ich sie echt mal anrufen? Okay, Leute. Ich glaube, ich starte mal so einen Sprachanruf. Ey, geht sie ran? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Ey, sie hat Angst. Komm doch. Ey, nein, nein. Sie wird safe nicht trauen. Sie wird sich safe... Hallo? Hallo? Was machst du hier so... Du bist echt ein Mädchen? Ja. Was machst du hier so... Was spuckst du hier so große Töne gegen mich? Du hast gegen mich verloren, du bist voll schlecht. Das weiß ich nicht. Das war mein Bruder. Und wie ist dein Bruder in meine Runde gekommen? Hat er irgendwie ein Cheatprogramm oder was? Ja, das weiß ich nicht. Und du willst jetzt eine Revanche gegen mich? Du spielst jetzt. Ja. Ja, okay. Okay. Dann, ich bin gespannt. Also, da würde ich sagen, ich gebe dir mal kurz den Code. Und dann, äh, gehen wir mal rein, oder? Der Code lautet 50513. Und der Null im Code steht halt für dich. Du bist halt ein Null. Weißt du? Gut, du hast sogar in deinen Namen drei Nullen. Weißt du, offensichtlich da geht es gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum du mich hier herausforderst. Du hast gar keine Chance. Was sagst du dazu? Ja, doch schon. Also, ich spiel das jetzt schon so ein bisschen. Wie lange spielst du schon? Ja, bestimmt einen Monat. Einen Monat? Ja. Ich spiel jetzt erst seit... Okay. Okay, ähm, da ist immer noch eine Roboter-Skin. Ja, okay. Kann man machen. Boom. Wir gehen hier ganz entspannt lang. Ey, kannst du auch mal mich zu verfolgen? Was soll das denn? Na, ist taktisch. Taktisch. Ja, okay. Bist du auf jeden Fall... Nicht so dumm. Bist du auf jeden Fall... Ja, okay. So ein bisschen schlau vielleicht. Also, gehen wir hier ganz entspannt durch. Das Spiele... Palme... Pasch oder Pusch. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ist ganz easy eigentlich. Wir kommen hier ganz entspannt durch. Und Anna, bist du gerade etwa runtergefallen? Hm, nee. Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Ja, mein Bruder, der nervt mich die ganze Zeit so, weißt du? Im Hintergrund, hörst du das nicht so? Hm, nee, ich höre es gerade nicht. Ja, keine Ahnung. Okay, ja, ich weiß nicht. Aber kennst du mich eigentlich? Weißt du, wer ich bin? Nee. Weißt du nicht, wer ich bin? Nee. Aber mein Bruder kennt dich, glaube ich, so. Okay, bist du überhaupt weiter? Ah, du bist weiter. Okay, also dein Bruder kennt mich und du kennst mich nicht. Schon ein bisschen komisch. Aber okay, du bist weiter. Ich bin weiter. Guck mal, was in Runde 2 passiert. Okay, 2 Runde Space Race. Anna, Space Race. Findest du das Spiel cool? Er sagt, ehrlich, ist nicht so mein Spiel. Aber kann man machen. Hier gibt es irgendwie so Abkürzungen. Ja, so ein paar. Aber ich gehe mal ganz kurz hier mit dir mit. So ganz entspannt. Gehe mal ganz kurz hier hoch. Ah, du, ja, du gehst mir vorhin die Route. Ich gehe hier gerne schnell links lang. Boom. Ja, okay. Da darfst du mit leider nicht rein. Fallt Anna, ne? Aber, ja, vielleicht schaffst du es ja doch noch. Was ich zwar nicht glaube, aber. Aber, samm ehrlich, so Special Skin feierst du schon, oder? Die sind schon schön. Die sind schon schön und du, also du hast ja auch Wahrscheinlichkeit, weil, wenn du einen Special Skin hättest, dann wirst du wahrscheinlich auch spielen, oder nicht? Ja, ich habe keinen. Ich habe einfach keinen Special Skin. Guck, warte, ich, ich, Leute, ich biete dir gleich was an. Ich glaube, ich werde sie gar nicht erwarten. Ey, ich gebe dir mal einen Tipp, das Ziel ist in der Mitte. Guck mal, wie ehrenvoll ich bin. Hast du so, hast du mal solche Ehrenmänner getroffen? Sag mal ehrlich. Nee. Ja, guck mal. Ey, guck mal. Anna, ich bitte dir was an, okay? Ja. Wenn du gleich, wir sind ja beide weiter, wenn du gleich im Finale gewinnst, was ich zwar, also das will ich so eh nicht gewinnen, aber falls du gleich gewinnst, gebe ich dir 50 Euro Guthaben, damit du uns Dumbleguys an dem Rad drehen kannst und vielleicht ein Special Skin bekommst. Was sagst du dazu? Ja, okay, machen wir. Mein Gott, sie hat's, okay, okay, wir gucken mal, also, das soll ich ein bisschen pushen, damit du vielleicht eine Chance gegen mich hast, hast du zwar eh nicht, aber wir schauen gleich mal, so. Oh, Jungle Roll. Okay, Anna, wer schneller ist, gewinnt. Ja. Denk dran, du hast eine Challenge offen. Boom. Wir können ja machen, dass ich auch einen Kompromiss vorschlage. Wie Kompromiss? Ja, also, wir machen's so, wenn du, äh, gewinnst, dann geb ich dir meine Nummer. Du gibst mir deine Nummer? Wenn du gewinnst. Äh, du weißt schon, dass ich grad vor dir bin, ne? Ah, nein! Nein, 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 nein. Anna, du bist auch runter. Nein, warte mal. Ich, also, bitte, 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 bitte. Aber du fällst auch runter. Anna, du weißt schon, ich krieg da einfach, ich, du, du weißt, Das ist ernst, ich krieg deine Nummer. Ja. Du weißt schon, dass ich grad gewinne, oder? Bei dir sind 50 Euro auf dem Spiel, Anna, 50 Euro. Ja. Okay, Anna hat, glaube ich, irgendwie gar keine Lust mehr. Hm, okay, also, Anna, ich würde sagen, ich gehe ins Ziel. Ich hab gewonnen. Ja, blöd gelaufen, ne? Blöd gelaufen und ich krieg jetzt einfach deine Nummer. Ja. Ey, Leute, das kann ich nicht glauben. Also, ja, okay, Anna, dann, äh, da würde ich mal sagen, Ich, ich bin bereit, ja, kannst du mir ja gerne geben, ne? Ja, okay, Anna, ähm, willst du es mir sagen, oder schreiben, oder? Ähm, ja, also, ich kann dir die sagen. Ja, okay, ich bin bereit, wirklich, ich kann es schreiben. Also, plus 4, 9, 1, 2, 5. Lass mich mal ehrlich. Ja? 7a. Ja? Oh, mein Gott, ey, sie zieht echt durch. Ja, okay, Anna, äh, ich würde sagen, dann, ja, ich hab, du weißt schon, ich hab dich grad einfach geklärt, ne? Mit Stumble, guys. Ja, okay. Ey, ich, ich würde sagen, ich, äh, schreib dich dann einfach mal an, ne? Guck mal, was passiert. Ja, okay. Okay, Leute, ähm, ich würde sagen, das war's mit dem Video, äh, ich, äh, komplett random, ich, äh, mich würde mich sehr freuen, wenn ihr sehr, sehr gerne ein Like oder ein Abo da lassen möchtet. Leute, und falls wir die 500 Likes erreichen, dann werde ich mit Anna noch eine Sache aufnehmen. Und, äh, ich bin gespannt, wie es laufen wird, Leute, gebt Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein und bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.